Musik Ein Empfang eines Olympia-Nicken ist immer eine tolle Angelegenheit für den Sportlandesrat, aber der Alexander Gritsch ist eine persönliche Persönlichkeit. Er hat das ja die letzten Jahre schon gezeigt, durch Ausdauer, durch Zähigkeit sich ganz an die Spitze gekämpft. Und jetzt hat er Gott sei Dank sozusagen die Früchte des Erfolges mitnehmen können. Also zwei Medaillen von einer Olympiade ist wirklich ganz was Tolles. Und für das Sportland Tirol wieder ein weiteres Aushängeschild, dass Menschen mit Beeinträchtigungen auch ganz tolle Leistungen bringen können, dass sie auch Vorbilder für unsere Jugend sein können. Ja, ich bin sprachlos. Dass es so hinhaut mit zwei Medaillen da gleich bei meiner Premiere, ist unglaublich wahnsinnig. Also ich bin so happy und wie man sieht, da sind so viele Leute, die mit mir eine Gaudi haben. Ja, nur happy. Musik 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 Musik